Die Rede ist von zehn Choreografien, die das John Neumayer Ensemble am 9. und 10. April auf die Bühne des Hamburger Schauspielhauses bringt. Bei dem Ballettprojekt mit dem Titeljungen Choreografen übernehmen die Tänzer selbst die künstlerische Leitung, um ihr eine ganz eigenen Anliegen Ausdruck zu verleihen. Meine Wille in diesem Projekt war es zu passen, von der Natur, über die Preservation der Natur. Ich denke, es ist ein Thema, welches sehr wichtig ist heute Morgen. Mein Highlighter, meine Choreografie ist eine Partie. Es ist ein Kappel-Danz. Und wir haben diese großartige Prinsipal-Danzer, die französische Frau, Joelle Belloni. Und es ist ihre letzte Saison in der Unternehmen. Sie ist quitting Danz. Und ich möchte etwas für sie machen, weil sie es zu stoppen. Und sie inspiriert mich als Tänzer, sie inspiriert mich als Artistin. Und meistens inspiriert mich als Person, wie Freunde. Als ich auf diese Katastrophe in Japan choreografierte, wurde plötzlich, wie es senseless war, was ich gemacht habe. Ich habe mich, um die Idee zu ändern. So, nach dem Ende des Spiels, war ich für Japan, um die Licht wieder zu sehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017